Wenn ich mit meinem Erik Computer spiele, das gefällt mir. Prinzi, Prinzi, was machst du? Was macht ihr denn? Guck dir einen Film an, der langweilig ist. Ich spiele mit meinem Erik. Ist okay. Sogar ein Kissen hat ja der Erik untergelegt. Das ist aber ein lieber Freund. Das ist genau da. Herzlichen Dank!